hallo und herzlich willkommen zum let's play von minecraft ja eigentlich hatte ich ja gesagt ich würde das nie auf meinem kanal bringen dann habe ich mir irgendwie gedacht naja sehr viele wollen minecraft immer minecraft videos da habe ich mir ja da habe ich mir dann überlegt da wollen man nicht zu sein und dann ein bisschen minecraft rausbringen ich kenne mich hier gar nicht aus also mein kopf ist für mich komplette neue welt ich kenne überhaupt nichts ich weiß nicht was man hier machen muss ich weiß nicht wie man baue das wird jetzt alles noch rausfinden die videos in den videos immer mehr fortschritte geben joo da kommen wir uns um da hinten stehen schon häuser aber das sieht aber auch geil aus also wie gesagt minecraft ist für mich komplettes neuland kann ich jetzt aber und cool verschlagen ich gehe jetzt mal dahin und zu dem haus häuschen oh das sieht auch echt geil aus eigentlich wollte ich nie mein kopf aber jetzt habe ich mir das gerade mal überlegt mache ich einfach mal noch mal überlegt woran ich muss ja ok da gebe ich nochmal rein Kühe, ach die sind bestimmt lieb. Hi. Hey! Wo die Kufa. Mu. Mu. Hey was ist das jetzt? Cool Fleisch. Also wenn du noch irgendwas hab was ich... also ich werde versuch... ...so viel wie möglich bauen. Ähm... ja. Oh ja. Nein. Ich guck mal was man hier oben machen kann. Ich kenn mich hier gar nicht aber... Cool. Echt gut aus. Äh. Geh hoch. Hallo. Tut mir weh hier. Ey. Hehe. Stopp. Hey die sind ja echt lustig aus. Ähm. Wollen wir mal weiter gehen. Das ist ein bisschen krass. Heck weg 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 weg. Alles in den News. Oh. So. Und jetzt gucken wir mal. Wie ähm. Öhm. Ne. Hä wie geht das? Ich hab' ich keinen Plan. E1. Wie kann man denn hier Sachen bauen? E1. Wie kann man denn hier Sachen bauen? Leder. E1. Haaa. Hm. Gewolken sie lustig aus. ich weiß auch gar nicht so ich weiß jetzt überhaupt die machen muss also was heißt ich weiß nicht was man muss ich weiß muss ich gar nicht in dem spiel machen aber glaube ich mal denke ich aber jetzt wie es jetzt weitergeht das weiß ich euch gesagt gar nicht zweimal das manchester eintur und schmeißer das weg guck mal mit vielleicht sollte ich einfach ein paar bäume abbauen einfach so ein bisschen holz hier auch löscher hier liegt schnee hier wieder nicht geil oh das habe ich nicht erschrocken von der kuh ich weiß nicht vorher bis hier ab jetzt kann ich noch bestimmt irgendwas bauen ein schwebender baum aber wie kann ich denn hier was essen vielleicht soll ich die kuh killen dazu hey ich glaube er ergibt mir dann bestimmt wenn ich kurz verhungere kurz rum verhungern bin irgendeine warnung die musik ist so schön da schleife ich mal was ein und ich brauch unbedingt mehr holz die nöici die bühne Sp Chart Desmbolte Obst und North haus hey würde gelandet Apfel er ist at viel Tele-Mono gefallen ist. Egal. Guck mal, jetzt ist doch bestimmt noch einer dran. Ja, ähm, eine kleine Information. Diese Minecraft-Videos, wir haben keinen Zeitplan. Die kommen halt nur raus, wenn ich da zu Lust habe. Weil ich hab noch andere Projekte, um die mich halt kümmern muss. Ein bisschen. Boah, ey. Ich baue noch ein Stück Holz ab. So. Oh, die Kuh rückt mich auf. Ich schnauze mich die ganze Zeit an. Ich will ja gar nicht mehr so große Apfel hin. Hab ich den eingesammelt? Ja. Apfel kann man doch bestimmt essen, oder? Das ist schon wieder ein neues Holz. Das ist schon wieder ein neues Holz. Kuh. Kuh. Was ist das denn hier? Ein Wolf. Ne, eine Katze. Geh weg. Ah, der beißt ja. Au. 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 Oh. Guck. Ent, Entchen. Ich will das einen unbedingt noch wegkriegen. Geht das ja nicht weg. Nein, da hab ich grad ein Eigentor. Kuh. Oh, es wird Nacht. Kann ich in der Nacht leben, oder muss ich da um uns werden? Ich weiß auch nicht, ob die wollen jetzt wohl wieder nachwachsen. Ah. Ich will das nicht wegkriegen. Nein. Ich will das nicht wegkriegen. Ich will das nicht wegkriegen. Ha. So, oh, das ist ein Target-Toboy. es muss immer sein wo war denn das Dorf oh Gott ach nein das ist ein Explodier-Heini da ist das Dorf oder die Stadt oder was immer das auch sein soll hoch ja 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 ist noch jemand da ne ist noch draußen hat er was was bin ich ja ist denn das Geräusche hier das geht in dir ab war das ist ein Dorf herrkohlen oben aber das gesehen Regzug h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. der Sobies ja moul da liegt was ein Ei nein oh, wo kommt der denn her so ein scheißvoller Bogenschieser jetzt bringt euch doch mal wieder an Sicherheit, Leute ja, beim Tag hat es mir besser gefallen ein Zombie ist da ein Bogen, ein Bogen haben die das irgendwie auf das Dorf abgesehen sieht so aus, gell ich sollte mal langsam was essen aber wie, ich kann nicht, weiß nicht, wie war hier ich hab Hunger oh so hier komm ich wieder hoch ah, cool boah, ich trinke gleich ooooh, sehr gut ah scheiße ja, wie geht denn das verhunger gleich ich komm hier gar nicht mehr hoch das ist ein scheiß, ist das, ist jetzt kacke ach, lass mich jetzt einfach verrecken hier komm, sterb mal, damit ich hier wieder rauskomme äh respawn sehr gut hab ich auch alles verloren, oder? oh, schau, heiß was? kaboom Oh, ein Loch Au, au Ich bin im Loch Lass mich aus dem Loch Danke Da sind Leute Oder versuchen wir das noch rein, so hier Ich komm nicht mehr aus dem Loch raus Aha Oh Ich will auf die Spitze Schlag die ganze Mit dem Kaktus hier Ja Ich mach sowas Das war der Abschluss der ersten Folge da oben Oh, Mist Hä Ich bin tot gleich Neun Die gesamte Welt Na gut Eigentlich wollte ich ja da hoch Ich glaub das mach ich das in der nächsten Folge Gut, dann hoffe ich hat euch gefallen Okay, 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 okay Ah Ah Bitte Spaß nehmen wir uns heute auch noch Spinnchen Geh weg Wisst wie Hä, was Ah man Egal Hopp, ich hab's gefallen Gell Tschüss, bis zum nächsten Mal